Heute ist es 23 Uhr und ich wollte eine Serie gucken und ich wette mit euch, jedes Mädchen da draußen hat mindestens eine Serie, die sie immer wieder von vorne anschaut und es nie langweilig wird, wahrscheinlich schon mitsprechen kann. Ich gucke jetzt zum Beispiel zum 3000 Smile Gossip Girl, aber es ist mir voll egal, ich liebe es. Ich werde es auch noch wahrscheinlich mit 60 gucken.